Achso! Ja, gut, dass ihr jetzt da seid. Trifft sich ganz gut. Alarm! Juckt es rein. Ist er nicht, ist er nicht. Das war ein toller Sprung. Das war ein super Sprung, war das. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die mit mir in den Kabinen. Und der Legacy Mod. Und unten steppt der Bär. Oder ja, Zombie. Der Zombie. Das Zombie. Die Zombie liegen. Aber ich werde jetzt trotzdem drunter gehen. Nicht mit der Munition, sondern mit der Munition und voller Waffengewalt. Achso! Ja, gut, dass ihr jetzt da seid. Trifft sich ganz gut. Hab ich mir doch gedacht. Und kriegt gleich eh ne auf die Kusche. Wie immer. Ey, ich krieg immer eh ne zum Schluss auf den Sack. Jedes Mal dasselbe. Du machst ne Schlimmelt und zack, hast du die am Arsch. Warum bin ich noch so erschüttert darüber? Das war doch klar, war das. Siehst du, so ja der Hase dreht durch. Ey, ich weiß nicht, warum die Zombies das tun. Das machen die doch mit Absicht, die Penhase. Oh, dafür kriegt er jetzt da unten eben auf den Pille-Mann. Oh, wo ist mein Pille-Mann-Klopper? Das klingt so verkehrt. So, aber vorher nehmen sie bitte ihre Tabletten. Das wurde auch schon gesagt. So, und jetzt in den Ofen-Sack. Immer mitten in die Fresse rein. Tralala, tadatata. Schubi-dubi-dubi-dubi-da. Ja, ja, ja. Hättet euch nicht mit mir angelegt. Dann wärt er jetzt noch tot. Oh, oh. Ey, es war doch aber wieder klar, dass die genau in dem Moment spawnen, wenn die Kacke am Dampfen ist. Das ist doch bis jetzt immer so gewesen. Warum regt mir darüber auf, wenn das schon immer so gewesen ist? Ich weiß es nicht. So, Leute. Ich werde jetzt doch erstmal was essen, mal trinken und wir sehen uns in aller Früh wieder, wenn die Sonne scheint und so. Also, bis denn. Ja, gut. Ich wollte jetzt gar sagen. Ich wollte gar sagen, bis morgen. Das stimmt auch. Also, bis morgen. So, da bin ich oben da. Nacht überstanden. Nichts passiert. Keine hat sich hochgetraut. Einen Schweine, die. So, naja. Ab zum Händler. Und, äh, Zeug verdicken. Würde ich mal sagen. Wissen, was? Das Ding ist kaputt. Jetzt weist es. Im Glück steht die Kacke da. Naja. Da sind ja bloß noch 1,3 Kilometer. Ja, toll. Ist ja um den Deckel jetzt. Hm. Hat sich nicht gelohnt. Aber vielleicht finden wir ja noch 1,2 Briefkästen. So nebenbei können wir ja mitnehmen. Wenn sie schon mal da sind. Verzööre die ganze Reise noch ein paar Sekunden. Uh. Aber auch noch nicht. Noch nicht mal aufgestellt. Ja, außer Spikes noch ja nicht aufgestellt. Seitdem war das hier. Prolocken. Warte mal, ist hier ein Briefkasten irgendwo hier? Habe ich irgendwas übersehen? Würde ich jetzt erstmal sagen. Nein. Das vernein ich jetzt. Einfach mal so. Naja. Wäre ich endlich. Den Kühlkörper hergekriegt. Den ich für die Heizung nicht bekommen habe. War ich doch nicht später. Ich wollte doch nur ein paar Questen machen. Nicht schon mal bei ihnen. Wer lootet zuerst? Was? Achso. Habe ich ja schon. So weit aber auch. Naja. Ich habe schon gesagt. Das Rezept haben wir schon zusammen. Also was das angeht. Aber man kann ja nie den Rachen genug. So. Voll genug kriegen. So rum. Beidegung. Aber wer? Könnte ich mal kurz hier. Mal gucken. Mal schauen. Und was krieg? Ne Nahrelfeine. MC Frank. Sag schon mal den Kuh und die Pfeine. Okay. Weiter geht's. 800 Meter. Dann gibt's Cash in die Täsch. Und zwar in meine. Also in unsere. Warte mal hier. Krieg endlich mal einen Schrauber. Nein. Katana. Katana. Schawupp. Schawie. Schawieich. Wat? Keine Ahnung. Hab's einfach mal so gesagt. Nice. 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 Es war immer noch sehr, sehr langsam. Und der Schaden hält sich in Grenzen. Aber trotzdem ist das nice. Eine Dose Bohnen. Du hast Bohnen in den Ohren. Sumsen in den Ohren. Hey, hey, hey. Komm. Sie hat angefangen. Blöde Sumse. Hab's ja weggemacht. Dummkuh. Naja, ist ne Sumse. Kann keine Dummkuh sein. Ach, hier war ich denn schon. Also an die Briefkisten. Was heißt, ich hätte eigentlich, äh, auf der anderen Straße fahren müssen. Also. Dingsmäßig hier Sachen rauspulen. Da dürfte das nämlich auch leer sein. Verdammt mal. Kasse, wenn ich in so ne Sachen recht hab. Aber da. Tätig da auch schon gewesen sein. Das ist ein ganz großes Sein. Ne, das ist unbewohnt. Touch it, touch it, touch it. Ich hab's angefasst. Oh, zwei Sachen. 100 Punkte. Ja, leck mir doch am Popo Katapetes. Ist ja immer richtig nice. Schluck meinen Staub oder sprich mit meiner Hand. Ohne Gasstation. Ach so, und ich habe... Mir wurde... eine sehr, sehr wichtige Information gegeben. Äh, ich soll... mit dem Ding nicht da rangehen, wenn die Teile leer sind. Weil sonst pumpe ich mir nicht da. Das ganze Zeug will da rin. Und ich will's ja nicht rinpumpen. Ich will's ja rausholen. Macht Sinn, wa? Aber hat er wohl Glück gehabt. Hat's nicht gemacht. Aber das sind Informationen, die ich dankend angenommen hab. Es wäre richtig doof gewesen, wenn wir nach Hause gekommen und kein Benzin mehr da. Handelt mich. Ja, wo ist denn der Benzin hin? Hab doch was gesammelt. Das wäre ein böses Erwachen hier geworden. Das Erwachen der Macht. Aber mach's dir erst mal nicht. Selbstbedienung. Magik. Hallo? Kriegt der Kina mit? Jetzt gibt's noch keine Gegenreaktion. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Äh? 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 Oh ja. Ah, jetzt ja. Ein paar Münzen. Ah, jetzt. Ein paar Münzen. Hallo? Ist da noch mehr drin? Gerade ist... Zwei Gläser. Wupp, wupp. So. Auf, meine Apothe... Bücher. Okay. Keine Bücher. Cash. Aber Cash in the Tesch. Keine Nein sagen. Also erst mal. Was? Es war doch gratis. Steht da draußen. Was war denn, bitte? Der Scheitel, du Scheitelzieher. Oh, die Entfernung sollte ich mitnehmen, ja? Sie können auch... Ach nee, sie können nicht springen. Ist ja mal doof. Oh, das tut mir aber leid. Hihi. Wer poltert denn da rum? Oh, noch ne Tasche. Ja, die sollte ich eigentlich hoch, äh... Einsetzen und so, wa? Hihi. Die Tür ist verschlossen. Wisse nicht. Ja, schrei nur. Komm vor der Tür, du. Nichts nutzt. Pikse dich. Und das Ding ist auch angespitzt. Ey, wie bist du denn da durchgekommen? Kleiner Scheeter, du. Wenn ich was mich mag... Magen kann. Magen und Darm oder wat? Äh, warte ich nicht. Mö... Mö... Mögentur. Und das Scheeter. Also, ich meine, der Schieten in der Hinsicht hier... Möchte Wand packen und so. Hm, ja, ja. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Türe sind jetzt... Lernet mal. Können sie das nicht so machen, dass das, wenn du die gelernt hast... Das rot ist? Das ist doch viel besser. Also, für mich wäre es besser. Ist sie ja alles? Es ist verschlossen. Jetzt nicht mehr. Na toll. Das ist ja nochmal ein Reinfall. Äh. Damit hat er nicht gerechnet. Oh, damit hab ich nicht gerechnet. Dein Bruder. Es waren Zwillinge. Betonung liegt auf Waren. Er püft nicht mehr. Hm. Gut, ich versuch erstmal... Oder was heißt, ich versuche... Ich werde es erstmal auf meine Tür abschrauben. Links. Rechts. Rechts. Und links. Vor. Und zurück. Noch ein Stück. Moment mal. Ich hab doch meinen Türöffner... Jetzt hat er mich geöffnet. Und zwar die Augen. Oh, meine Rüstung ist noch mehr kaputt. Aggressivität. Spüre es. Sehr, sehr viel Aggressivität. Sie muss raus. Kann mich nicht mehr halten. Oh, oh. Haltenerweise sollte ich abhauen. Er ist hinter mir. Jetzt ist er unter mir. Vor mir. Links. Rechts. Geradeaus. Ey, du Ferkel, du. Und Nors. Ja. Boah, gut, wa? Also, äh... Kassengriff. Nein, noch nicht ganz. Alarm! Kunzelchen. Na, Äuglein? Das war Samtauge. Das war Spidey. Spider-Man. Spider-Man. Ren, Tenten. Ren, Tenten. Ich wollte eigentlich Quest machen, oder? Hallo, Sie. Haben Sie eine Quest für mich? Anscheinend nicht. Oh, ja. Das nehme ich dankend an. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Denn etwas Spaß muss sein. Und heißt Bühne frei. Dann sind wir mit dabei. Schon muss weiter gehen. Auf Wiedersehen. Sorry, tut mir leid. Musste sein. Okay. Was war das Doof ist? Ich hab das jetzt die ganze Zeit im Ohr. So eine Scheiße aber auch. Ich bin auch für sowas, sowas von extrem anfällig. Anfälligerweise. Was kann ich Ihnen sagen? Die Luft ist rein. Ist er nicht? Ist er nicht? Das war ein toller Sprung. War ein super Sprung. War ein bisschen sprunghaft. Ich geh mal hier weg. Die sind mir sehr zu aggressiv. Ich muss doch Sachen verkaufen. Deswegen bin ich doch hier. Sehr, sehr weit. Ach so. Beschiss. Eine Ratsche. Das ist ja noch besser. Schraubenderweise. Lichtet uns jetzt eine volle Möhre. Du schraubst eine Möhre? Was stimmt mit dir nicht? Ach so, ich muss ja absteigen. Ne, warte. Ne. Ne, das geht ja auch so. Geht's ja gar nicht. Ich muss ja doch absteigen. So, grün gegen grün Ratsche. Oh ja. Die Ratsche verkau... Äh, äh, den Schraubenschlüssel verkaufe ich aber nicht. Der weiß, für werte ich den nur brauche. Ich habe keine Ahnung. Also lasse ich den erstmal in mein Inventar. Ja, ja. Speed Money. Oh, ich müsste auch meine Rüstung langsam reparieren. Oder generell, ich müsste mal langsam meine Rüstung, äh, upgraden. Tut, tut, tut. Ein Frittier. So. Immer noch alles leer. Erstmal die Klappe halten. Mann. Ich geht immer aufs Neue. Ich erschrecke mich immer wieder. Von den Hannes. Du Hannes. Oh, jetzt ja. Die habe ich letztmal ja nicht gelootet. Habe ich nur für hier oben. Für schlechte Zeiten. Heute. Ne, da war ich schon. Ne, da war ich schon. Da waren wir schon. Aha. Aha, 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 aha. Gut. Schauen wir mal, was er hat. Ja, was hat er denn? Wiss ich noch nicht. Erstmal will ich Socken, äh, Socken. Ich möchte meine Socken los. Äh, gut. Lass ich noch. Will ich anbehalten. So, das Messer kann weg. Äh, wie. Das kann weg. 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 Bleibt. Weg. Äh. Weg. 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 Ja, am wäschesten. Muss immer ein bisschen so. Jetzt. Kann auch weg. Hat auch. Dit ooch. Dit ooch. Dit ooch. Ooch dit. Dit ooch. Ochen dit ooch. Damit nicht aufhören. Kein Fall. Ich bin schon besser ein Verhandling geworden. Also er kriegt dit. Dit ist meine Verhandlungstaktik. So. Jut, das haben wir, das haben wir. Schöne Ding. Noch nie so ganz. Das, was ich mir erwartet hab. Naja. Nimm ich mal mit. Und das nimm ich hoch mit. Da hab ich nimm ich. Oh, nimm ich. Nimm ich. Überhaupt nicht. Weil ich kann's mir nicht leisten. Muss... Muss für dich arbeiten. Bin ein armer Schlucker. Und da das hier um der Ecke ist, tätig das machen. Naja. Hier reicht. Jut, jut. Jut, jut. Jut, jut. Oh, ich muss husten. Ich habe gewustet. Wustenerweise. Krass, was? Schreib mich nicht an, den kenn ich nicht. Macht mal nicht. Hört sich nicht so. Was hast du gesagt? Ich hab dich nie gehört. Und das ist rennend. Für mich ist es aufstampfend. Wütend aufstampfend. Das ist daneben schießend. Also mehrfach daneben schießend. Dort schießt. So, warten sie mal kurz. Ich hab da ne Idee. Einsteckenderweise. Es funktioniert. Also, ja. Aber den kann ich zuhause denn auseinanderschoten. So, na denn. Tada. Wie von Zauberhand. Doppelter Loot. Hallo. Es ist Sperrmüll. Heute ist Sperrmüll-Tag. Die Abholung war für heute abgemacht. Genau, machen sie die Beine zusammen. Das riecht ja wie tot. Hallo. Er ist da. Falsche Seite. Nom nom. Hat ihm nix gebracht. Der kopflose Reiter. Hey, hey, hey. Wer war der Reiter? Reiter. Hat der nun? Schafft hat oder schafft hat nicht? Oh. Der hat das Loot. Durch ist der nicht durch. Der ist noch nicht so ganz... Nee, der ist noch nicht ganz durch. Aua, wie hat der mich getroffen? Der Penner-Säckarsch. Dreckarsch. Dafür kriegt er noch extra Munition. Mano. Und ich wollte ja auch nur meine Rüstung reparieren. Schön, dass ich das gemacht habe. Funktioniert ja mal wieder alles. Na ja. Na ja. Schon will er besser. Ich fühle mich schon wieder besser. Ist ja wieder Looter. Die Frage ist für wie lange? Ja. Erstmal den Dreck umwühlen. Ah ja. Kann man mal machen. Dann kann es aber auch sein lassen. Uh. Ha. Er taucht gleich wieder auf. Ich weiß es doch. Hallo, sie da. Um der Ecke. Sie könnten schon vorkommen. Nein. Das kann schon vorkommen. Da rufen will ich. Ich wollte gerade sagen. Ich habe den Kahn verloren oder was? Oder hat er vergessen, was er machen wollte? Moment mal. Ich bin auch nicht dran. Irgendwas wollte ich machen. Ich habe es vergessen. Ich bin aber auch vergesslich. Ui, 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 ui. Aha, du bist ja mal doof. Das habe ich vorbereitet. War mit Absicht. War voll geplant. Ich habe den bloß Rennen gesehen. Toll, Rudi, der Renner. Ui, ich ruhe Musik. Gut, die kommen ja jetzt von da, ne? Dann brauche ich ja bloß Munitionen nach drüber hin. Eine Rüstung. Aus Eisen. Ach, Gott. Na ja, gut. Kriegt ihr schon Schaden und so? Wäre schon besser, wa? Repariert die mal und dann werde ich die trotzdem anziehen. Scheißdruck. Ihr sagt, das ist besser als gar nichts. Wenn ich mich schon so kriege... Wie kann ich da? Muss hier bloß Sachen rausnehmen. Warten Sie noch mal ein paar Sekunden? Ja. Das hat sich sehr, sehr nah angehört. Aber unter uns, ne? Keine Panik. Bin immer noch ohne Austausch. Es kann auch alles passieren. Oh, jetzt ertragen. Oh, jetzt geht's weiter. Oh, Moment mal. Das ist doch... Kein Versteck. Ihr wusstet? Ich wollte euch bloß noch zeigen. So. Nachladen. 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 Na, dann kommen sie mal. Waffengewalt. USA. To the down. Hat funktioniert. Hey. Den hab ich schon besser, aber gut. Danke für den Versuch. Achso. Wir können wieder zum Händler zurück. Ihr kriegt noch ein Brot. Der Kabin ist in Not. Er isst einmal Brot. Du. 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 So, raus. Fest abgeben. Cola in den Sacken. Nächster. Walsche Richtung, wa? Nee, jetzt ist richtig. Niu. 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 Tütüt. Hahaha. Ihr kommt so spät, ihr Luschen. Moin, ihr Luschen. Na? Das waren noch Zeiten. Oh, wilder Schmidt. Hallo? Ich möchte gerne ein paar Sachen loswerden. Das war nicht so rentabel. Nee, das andere. Äh, gut. Äh, gut. Gut, dass ich das alles, damit ich die nochmal hab. Aber ich hab ja wenigstens ein bisschen mein Invental ja gemacht. Ein bisschen hab ich ja. Also ich bin nicht mit allen aus... äh, los hier. Rauscht. Warum Steine? Warum? Na gut. Kann ich sammeln und später irgendwann mal verkaufen. So, Rinn in Heiz. Das Rinn in Heiz. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Bleibt. Bleibt. Wird verkauft. Dann erstmal hier rin. Dass ich in... äh, Dings... Verleitung gefügt werde. Verleitung? Hey, das muss wieder raus. Das wird ja auch noch verkauft. So, äh, die Reifen... Ich hab's doch eigentlich mal gesehen. Keine O. Es gibt keine O. Wird verkauft. Los, weiter. Wir haben nicht so viel Zeit. Bei den nächsten Schwung auf Räumiete. Weiter. Leicht verdientes Geld. Er war zuerst dran, ne? Ich nehm die Mollys. Und die Cash. Und ich nehm die nächste Quest. Die ist nicht mehr um die Ecke. Ja, ich hab auch ein Dilemma. Ich kann jetzt da tanken und dann kann ich nochmal tanken. Das heißt, ich muss meinen Fas nochmal rausholen. Phasmophobia. Meine Hand ist ja in der Schlafen schon wieder. Er konnte es wieder nicht sein lassen. Ach, und ich muss dann etwas weiter wegparken. Also nicht, dass ich je komme. Dann... Wir wissen ja, was sie... Hallo, sie? Sind sie öfters da? Wenn ja, warum denn jetzt auf einmal? Können sie nicht später wiederkommen? Das war wieder typisch. Das war nur eine Frage der Zeit. Das ist eine Frage der Zeit. Ob sie meinen Fas wieder haben? Vielleicht war das da drin. Ne, ich hab ja hier einen Fas. Ich hab immer das hier und dann hab ich ja das Fas. Was? Ich geh mal davon aus, ich hatte... Ne, hatte ich nicht. Ich hab gedacht, ich hab's leer immer. Jetzt ist es leer. Lassen sie mich durch. Leer. Leer. Weißt du was? Weil es so ein kleines Ding ist, werden wir das erst lupen und dann werden wir das nochmal nehmen, ne? Also, nehmen. Könnten sie mal bitte rauskommen? Wo sind sie denn schon wieder? Der Hund müsste ja da sein. Der ist wohl nicht da. Ich nehme mal die Knifte. Bitte seien sie noch nicht da. Bitte kommen sie noch nicht. Bleiben sie fern. Und jetzt auch neue Witter, wa? Richtig scheiße. Blasebike. Yes. Yes, we can. So. Blasebike. Incoming. 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 Nein. Ja, ich weiß. Das kann doch mal passieren, oder? Hä? Hä? Wo ist mein Passender da? Ich wollte euch bloß zeigen, wie man nicht macht. So. Genau so. So. Wie sieht's hier aus? Ah, genau. Ehen. Ehen mehr. Merken wir uns das? Na gut. Dann bin ich mal gespannt, ob die da sind. Jetzt sind sie da. Oh, sie ist auch da. Ui, ist die da. Mann. Hat die mir aber ins Höchstchen gemacht. Äh, äh, hab ich mir ins Höchstchen gemacht. Kann mir mal hier erklären, was jetzt gerade passiert ist? Hat ich nicht nie... Und so will er zum Bett legen, wa? Ich fühle mich irgendwie bettlägerig. Hä? Wo bin ich denn jetzt schon wieder hier? What? Da ist meine Hütte. Scheißendreck. Der wird heute nicht mehr. Ich werde da jetzt hinlaufen. Und wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und, äh... Ja, ist doch gut. Ich hab's mitbekommen. Bin grad gestorben. Jaja. Muss ich erstmal hier runterkommen, weil hier sind mich auch Zombies jetzt gelacht. Wie man's hört. Ui, ui, ui. Naja. Also, bis denn. Ich bin raus. ich bin nicht mehr kann noch nie war nein